Willkommen zu einer weiteren Folge FUSTERMANAGER19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, 3-1 gegen Dresden verloren, ha 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 ha. Na gut, die sind noch Zweiter, aber trotzdem, kann nicht sein. Legt mich immer noch auf. Jetzt spielen wir im Videotextmodus gegen Darmstadt 98, aber ich weiß schon wie das ausgeht, werden wir verlieren. Mal gucken. So, wir spielen wieder im 100% Modus. Jetzt wollen wir, wir spielen zuhause, müssen wir risikoreich spielen. Lang und risikoreich. So, dann wollen wir mal gucken, wie das abläuft. So, zack. Und dann gucken wir mal. Hm, hm. Angebot für Jungs und abgelehnt. Lusche kann eh gehen, ist mir egal. Ich bin von wie es alle gehen. Das nervt voll ab, ey. Wirklich. Glaubt mal. So, mal gucken, ob unsere neuen Trainer da sind. Und? Nein, natürlich nicht. Ist ja logisch. Wer will denn schon so einen Luschenverein wie mich? Also, das ist wirklich, ey. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wir haben massiv investiert und verstärkt. Und kriegen immer noch so einen Klatscher, ey. Kann nicht sein. Funktioniert einfach nicht. Legt mich noch auf. Ich hab echt Herzrasen. Das geht gar nicht. Hat alles in meinem hohen Alter, ey. So, wir sind jetzt hier wieder verletzt. Ach, Schüppel, der ist schon die ganze Zeit tot. Das ist mein Problem, weil der Pesch hier auf den Spakta. Ne. Unglaublich. So, mal gucken. Gerland. Ne, der geht auf der Position ändern auf Co-Trainer 2. So. Viriano Bergemann. 4-4-2 Raute. Offensiv. Ja. Gucken wir mal. Ähm. Training. Ganz wichtig. W für wichtig. Trainingsgruppen. Nehmen wir Sam. So. Meier geht ins Mittelfeld. Gut. Gut. Passt. So. Weiter geht's. Scouting abgeschlossen. Blablabla blub. Okay. Jetzt geht's gegen Darmstadt. So. Wir sind. Siebter und die sind Dreizehnter. Naja. Videotextmodels. Und los geht's. Da bin ich mal gespannt. Zehnte Minute 00. 20 Minuten immer noch 00. Halbe Stunde 00. Halbzeit. 1 zu 0. Durch Kevin Meyer. Wahnsinn. Wir führen 1 zu 0. Ist ja ein Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Na mal endlich mal. Na mal gucken. Trotzdem gefällt mir das immer noch nicht. Wie die spielen die Saison. Na mal. Wie mal hot. Das kann nicht funktionieren. Na mal gucken. Und los geht's. Weiter. So. So. Sechzigste Minute. 1 zu 0. Siebzigste Minute. Immer noch 1 zu 0. Achtzigste. 1 zu 1. Das ist unglaublich. Ey. Ey. Das ist doch nicht mehr normal. Äh. Ich reg mich so auf. Ey. Spinner. Ne. Ich geh weg von denen. Es ist mir egal. Es kann nicht funktionieren. Es ist unglaublich. Ich reg mich doch immer so auf. Das war es dann wieder für heute. Ich krieg die Pimpernillen. Ich krieg Scherzklopperstar. Geht gar nicht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen Arminia Bielefeld wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao. Ich runter. Los. Esике限! Heute Nacht! willdaasen, ihr habt jareiesteokbokki. In My heart,